Randolph Peter, Pete, Best ist ein britischer Musiker. Er war von 1960 bis 1962 der erste Schlagzeuger der Beatles. Er wurde kurz vor deren Durchbruch im Jahr 1962 durch Ringo Starr ersetzt und konnte nicht an deren Erfolg teilhaben. Er verfolgte weitere musikalische Projekte, die jedoch erfolglos blieben. Er wurde einfacher Angestellter in Liverpool und kehrte erst Ende der 1980er Jahre zur Musik zurück. Durch die Beatles-Veröffentlichung Anthology 1, auf der Best auf zehn frühen Beatles-Tracks am Schlagzeug zu hören ist, profitierte er finanziell von seiner früheren Musikkarriere, Kindheit 1941 bis 1960. Peter Rendolph Best wurde am 24. November 1941 im indischen Madras geboren. Seine Mutter Mona Best arbeitete zu dieser Zeit als Rotkreuzhelferin bei der britischen Armee. John Best, sein Vater, diente zu dieser Zeit ebenfalls in der Armee. 1944 wurde sein Bruder Rory geboren. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte die Familie 1945 nach England zurück und siedelte sich in Liverpool an. Pete Best besuchte zunächst die Primary School in West Derby und wechselte anschließend zur Kollegiate Grammar School in der Shaw Street. Nach dem Besuch dieser Schulen hatte er Ende der 1950er Jahre vor, Fremdsprachenlehrer zu werden. Seine Voraussetzungen hierfür waren gut, denn er sprach zu diesem Zeitpunkt fließend Französisch und Deutsch, Schulfranzösisch und Schuldeutsch. Wie er später in einem Interview betonte, seit 1947 wohnte die Familie Best in der Heimans Green im West Derby-Distrikt von Liverpool. In den 1950er Jahren gestaltete Mona Best die unteren Teile des Wohnhauses zum Kaspar Coffee Club, kurz Kaspar genannt, um. Bei diesem Club handelte es sich um einen Treffpunkt für Jugendliche, die hier ihre Musik hören und spielen konnten. Pete Best und sein Bruder unterstützten ihre Mutter bei der Arbeit im Club. Schlagzeuger der Beatles 1960 bis 1962 Im August 1959 spielten die Quarrymen, die Vorläuferband der Beatles, zum ersten Mal im Kaspar. Hier lernten sie auch Pete Best kennen. Die Gruppe um John Lennon gehörte zu diesem Zeitpunkt zu den zahlreichen Liverpooler Bands, die auf den großen Durchbruch warteten. Im August 1960, kurz vor Reiseantritt nach Hamburg, wurde Pete Best Schlagzeuger der Lennon-Band, die sich inzwischen von ihrem Silver im Namen der Beatles getrennt hatte und der neben Lennon auch Paul McCartney. George Harrison und Stuart Sudcliffe angehörten, am 17. August 1960 traten die Beatles zum ersten Mal in Hamburg auf. Sie spielten im Indra-Club. Hierbei handelte es sich um ein ehemaliges Striptes-Lokal, das kurz zuvor umgewidmet worden war. Weshalb das Publikum anfangs irritiert auf die Band reagierte, denn man erwartete sich ausziehende Damen. Die Beatles verschafften sich in den folgenden Wochen Respekt und gewannen an Publikumsresonanz. Am 4. Oktober 1960 wechselten die Beatles in den Kaiserkeller. Hier lernten sie die Liverpooler Band Rory Storm und Amp The Rory Canes kennen. Mitglied dieser Gruppe war Ringo Starr. Starr löste Pete Best zwei Jahre später als Schlagzeuger der Beatles ab. Im November und Dezember 1960 verlor die Gruppe wegen der verheimlichten Minderjährigkeit George Harrisons ihre Engagements und wurde aus Deutschland ausgewiesen. Nachdem Harrison 18 Jahre alt geworden war, spielten die Beatles von April bis Juni 1961 jeden Abend im Top-10-Club in Hamburg ein Engagement, das bereits im November 1960 kurz vor der Ausweisung mit dem Klubchef schriftlich vereinbart worden war. Pete Best saß weiterhin am Schlagzeug und trat als Sänger des Liedes Boys in Erscheinung. Im Mai 1961 suchte die Polidora eine Begleitgruppe für Tony Sheridan. Die Beatles erhielten, wohl auch durch Vermittlung von Sheridan, den Vertrag. Bert Kempfert war der Produzent der ersten professionellen Aufnahmen der Gruppe. Am 7. März 1962 spielten die Beatles mit Best in dem Radioprogramm Teenagers Stern der BBC. Am 6. Juni 1962 spielte die Gruppe bei der Emmy vor. George Martin, der Produzent des Emmys ab Labels Palophon, war von den Beatles durchaus angetan. Ihm missfiel jedoch die Qualität von Best's Schlagzeugspiel. Dies teilte er Brian Epstein mit, der es jedoch nicht innerhalb der Gruppe offen diskutierte, sondern die Information Pete Best vorenthielt. Ohne es zu wollen, hatte George Martin mit seiner Bemerkung vielleicht den Ausschlag zur Beendigung von Best's Beatles Karriere gegeben. Am 15. August 1962 spielten die Beatles zum letzten Mal gemeinsam mit Pete Best. Einen Tag später teilte Brian Epstein ihm mit, dass die anderen ihn nicht mehr in der Gruppe haben wollten. Die Beatles spielten einige Tage mit einem Ersatzschlagzeuger, ehe Ringo Starr zu ihnen stieß. Die genauen Hintergründe des Rauswurfs von Pete Best sind ungeklärt. Best kennt angeblich bis heute nicht den wahren Grund für seine Entlassung. Die späteren Beatles haben sich nie konkret dazu geäußert, außer Paul McCartney, der in einem Interview 1987 klar äußerte, dass Best's musikalische Fähigkeiten am Schlagzeug einfach nicht ausgereicht hätten und man sich einstimmig für Ringo Starr entschieden habe. Eigene Karriere 1962 bis 1968 Ab August 1962 spielte Best's Schlagzeug bei Lee Curtis in Arial Starrs. Diese Gruppe war im Frühjahr 1962 um den Sänger Peter Flannery, der den Bühnennamen Lee Curtis benutzte, entstanden. Neben Curtis spielten in der Band Wayne Beckerton, Frank Bowen und Tony Wadington. Pete Best kam als Ersatz für den ausgeschiedenen Schlagzeuger Bernie Ruggers. Die Gruppe erlangte lokale Berühmtheit. Der erste Auftritt der Band fand am 10. September 1962 im Majestic Ballroom in Birkenhead statt. In der Folgezeit spielte man mit den Beatles mehrere gemeinsame Engagements. Ein Kontakt kam aber nicht zustande. Pete Best vermittelte der Gruppe 1963 ein Engagement im Hamburger Star-Club. Horst Fascher buchte die Band, ohne sie jemals gehört zu haben. Ihrem Manager Georg Flannery, Lee Curtis' Bruder, gelang es, zwischenzeitlich die Gruppe bei Decker unterzubringen. Es ist strittig, ob die Gruppe auf der ersten Single Little Girl, die Anfang 1963 erschien, mitwirkte. Gleiches gilt für die beiden Aufnahmen Skinny Mini und Jezebel, die für die LP at the Cavern Recorded Live im Cavern eingespielt wurden. Erst bei Let's Stomp veröffentlicht im März 1963 war Pete Best nebst Band nachweisbar dabei. Nach der Rückkehr der Gruppe nach England kam es durch Solo-Ambitionen von Lee Curtis zum Bruch der Band. Während Lee Curtis eine neue Formation auf die Beine stellte, beschloss der Rest der Band, von nun an als Pete Best and the All Stars weiterzumachen. Kurz darauf benannte man sich in Pete Best vorum. Decker gab der Gruppe einen Schallplattenvertrag. Mona Best übernahm das Management für die Gruppe und vermittelte ihr einige Auftritte in Großbritannien. Kurzzeitig kam es auch zu einer Rückkehr von Pete Best in den Star-Club nach Hamburg. Im August 1963 heiratete Pete Best seine langjährige Freundin Cathy. Im Juni 1964 erschien die erste und einzige in Großbritannien veröffentlichte Single der Gruppe. Die Single I'm Gonna Knock on Your Door – Why Did I Fallen? hatte jedoch keinerlei Erfolg, so dass Decker den Vertrag mit der Gruppe kündigte. In den Jahren 1964 bis 1965 tourte die Gruppe unregelmäßig durch Nordamerika und England und gab auch Gastspiele in Deutschlands Star-Clubs. Für das kleine Label Happening nahm die Gruppe zwei Singles auf. Der Erfolg blieb allerdings aus. Bereits vorher war die Single I'll Try Anyway – Ivana Beer – der auf einem Eigenlabel Original Beatles Drama Best 800 erschien. Die Gruppe tourte 1965 durch Kanada und nahm für das Independent Label MR Maestro eine LP auf. Frank Bohlen hatte die Gruppe verlassen und wurde durch Tommy MC Gurg ersetzt. Die LP wurde unter dem missverständlichen Namen Best of The Beatles im Dezember 1965 veröffentlicht. Auf der LP befinden sich sechs Rock-N-Roll-Standards und sechs Eigenkompositionen der Band-Mitglieder Wayne Beckerton und Tony Waddy. Die Platte hatte trotz oder wegen des irreführenden Titels und eines alten Fotos, das von Astrid Kirchherr in Hamburg aufgenommen worden war und die Beatles mit Pete Best zeigt. Keinerlei Erfolg in den US-amerikanischen Hitparaden – bei der Produktion der LP wurden mehr Titel aufgenommen, als zunächst veröffentlicht wurden. Diese Stücke erschienen erst 15 Jahre später auf kleinen amerikanischen und europäischen Labels. Eine weitere Chance zur Aufnahme einer Platte erhielt die Gruppe 1965. Auf der Single Boys Kansas City singt jedoch nicht, wie auf dem Schallplatten-Cover angegeben, Pete Best, sondern ein Mitglied seiner Band. Die Platte wurde auf dem kleinen Label Cameo veröffentlicht. Auf den Band-Namen wurde diesmal verzichtet, um Pete Best allein ins Rampenlicht zu rücken. Unter seinem Namen steht die Bemerkung, former Lee of The Beatles. Im Grunde wurde aber auch hier wieder eine Mogelpackung verkauft. All dies half der Gruppe jedoch nicht. Ebenso wie Best of The Beatles hatte auch diese Single keinen Erfolg. Bekerton und Wadington kehrten ebenso wie Best nach Großbritannien zurück. Beide fanden einen Job im Musikgeschäft und schrieben in den 1970er Jahren einige Hits für Aya Rubettes. Für Best hingegen war die Karriere als Musiker zunächst einmal beendet. Nach der Musikerkarriere 1966 bis 1982 Pete Best verfiel immer tiefer in eine depressive Stimmung. Erst nach einem versuchten Selbstmord, den sein Bruder verhinderte, gelang es Pete Best, sich aus dieser Situation zu befreien. Später sagte er, dass es keine Depression gewesen sei, sondern nur einfach eine dumme Idee. Seitdem glaubt er an Karma. Es war noch nicht meine Zeit. Bei der Suche nach einer beruflichen Alternative nahm er zunächst eine Arbeit in einer Leverpooler Bäckerei an. Ab 1969 war er beim Arbeitsamt Leverpool angestellt. Im Jahr 1978 trat er mit verschiedenen anderen Musikern aus Leverpool in der The Clarks Variety Show auf. Bei der Produktion des umstrittenen Fernsehfilms The Birth of the Beatles war er als Berater tätig. Best veröffentlichte 1982 gemeinsam mit Patrick Doncaster das Buch Beatle. The Pete Best Story. Später folgten weitere Bücher und DVDs. Anteil an Beatles Nostalgie 1982 bis 1996. Im Jahr 1988 entschloss sich Best, wieder musikalisch tätig zu werden. Zur Band gehörten Bill Kinsley, der zuvor ein ehemaliges Mitglied bei dem Mersa Beats war, Kenny Perry und sein Bruder Ruck. Der ebenfalls Schlagzeug spielt, die Pete Best Band war unter neuer Besetzung auch verstanden. 1988 spielte die Gruppe auf einer Beatles-Convention ihre CD-Live at the Adelphi ein. Eine weitere CD erschien 1994. Kurz vorher hatte Pete Best die Gruppe umgestaltet. Die Band bestand jetzt aus Vinnie Camilleri, Paul Davis, Andrew Colley, Pete und Ruck Best und Andrew Kirk. Auch dieses Mal wurde die CD-Live eingespielt. Back to I Beat hieß das Ergebnis und der Club, in dem die Band die CD aufnahm, ist der wiedereröffnete Cavern-Club in Liverpool. Während sich auf der ersten CD keine Beatles-Titel befanden, spielte die Pete Best Band im Cavern-Club zwei Stücke der Beatles. Auf einer weiteren CD, 1996 unter dem Titel Once a Beatle Always erschien, spielte die Pete Best Band acht Beatles-Stücke. Darunter auch Titel aus dem Spätwerk der Beatles wie Revolution oder Back in the USSR. Neben der regelmäßigen Veröffentlichung von CDS tourte die Gruppe, die aus dem Freundeskreis von Pete Best's jüngerem Bruder Ruck besteht. Weiterhin durch Großbritannien. Im November 1995 veröffentlichte Emmy ein Doppelalbum mit dem Titel Anthology 1. Es ist das erste Album einer dreiteiligen Reihe, die die Karriere der Beatles darstellt. Auf den Alben befinden sich bis dahin unbekannte Stücke, Leveraufnahmen und Outtakes. War das 1994 veröffentlichte Album Laira der BBC aufgrund verfügbaren Materials noch ohne Stücke ausgekommen, bei denen Pete Best mitwirkte, war dies bei der Anthology-Veröffentlichung nicht möglich. Anthology 1 enthielt insgesamt zehn Stücke, an denen Pete Best mit seinem Schlagzeugspiel beteiligt war. Best wurde entsprechend am Erlös des Albums beteiligt, was ihn mit einem Schlag zum Millionär machte. Eine seiner ersten geschäftlichen Transaktionen war die Wiedereröffnung des legendären Clubs seiner Mutter. Heute gibt es in Liverpool wieder den Caspar Coffee Club, kurz Caspar genannt. Der unerwartete Reichtum hatte noch andere Folgen. Pete Best gab seinen Beruf auf und gründete mit seinem Bruder die eigene Firma Splash-Promotion. Im Jahr 1996 stellte Pete Best auf seinem eigenen Plattenlabel eine Zusammenstellung seiner musikalischen Aktivitäten der Jahre 1964 bis 1966 unter Dem Titel The Pete Best Combo Beyond The Beatles 1964 bis 1966 zusammen Die CD ist eine Werkschau über seine Aktivitäten nach den Beatles. Verschiedenes Zum Gedenken an den 29. August 1959 den Tag, an dem die Beatles zum ersten Mal im Caspar Coffee Club spielten, dem Ort. Den Pete Best als Birthplace of the Beatles bezeichnet erschien 1999 dk-sekundenletzte Werk der Pete Best Band, die CD Caspar Coffee Club. Auf der CD befinden sich 15 klassische Rock-N-Roll-Stücke, die sich in der Musikbox von Mona Best's Club befanden und dort gerne gespielt wurden. Unter dem Titel Best of the Beatles erschien 2005 eine DVD mit Bonusmaterial über die Jahre, die Pete Best mit den Beatles verbrachte. Drei Jahre später erschien die CD Heimann Screen, benannt nach der Adresse des Caspar Clubs. Es befinden sich ausschließlich eigene Kompositionen der Band auf diesem Album. Aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit den Beatles wurde er mitunter auch als fünfter Beatle bezeichnet. Allerdings war er eigentlich zwei Jahre lang der vierte Beatle. Pete Best hat zwei Töchter. Diskografie Singles I'm gonna knock on your door Why did I fall in love with you? Pete Best Anyway I wanna be there Pete Best Kansas City Boys Pete Best I can't do without you now Kiss to my heart Pete Best Pete Best Don't play with me if you can't get here Pete Best If you can't get here the way I feel about you Pete Best I'll try anyway Ivana be there Pete Best Casting my spell I'm blue Pete Best Boys Kansas City Kinsley und Amp Best Heaven Full in Love The Pete Best Band 4 Track Sampler Album The Pete Best Combo Best of the Beatles The Pete Best Combo The Beatles That Time I Forgot The Pete Best Band Rebirth Pete Best My Three Years As A Beatle The Pete Best Band Live At The Adelphi Liverpool 1988 The Pete Best Band Back To A Beat The Pete Best Band Once A Beatle Always A Beatle The Pete Best Band Casper Coffee Club 40DH Anniversary Limited Edition The Pete Best Band Heimann Screen Kompilationen Silver Beatles Light Dreamers Do The Beatles Anthology 1 The Beatles Best of The Beatles The Pete Best Combo Beyond The Beatles 1964-1966 The Pete Best Combo Best Tony Sheridan und Amp The Beatles Hamburg Days Gastauftritte Jackie Lomax und Amp Undertakers Unverted The Beatles 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 The Beatles